Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Part von Let's Play Darksiders Und Blind, ja, egal Wir sind jetzt auf unserer ersten Mission, wir müssen den Dämonen Wulgrim finden Und sind ein bisschen irgendwo gelandet, ich weiß nicht wo, aber wir müssen uns hier raus Ja, so garantiert nicht Äh Zack Und ja, jetzt muss ich wohl erstmal klettern Mein Meisten Vorsprung kann Krieg sich festhalten und entlanghangen Also, ja, okay Boah, das sieht ja so cool aus, boah, geil Jetzt springen Boah, ja Boah, wie sieht das denn aus? Nicht schön Äh Zombies Hier kommt das Begrüßungskomitee Krieg, warum stellst du dich nicht selbst vor? Ja, hallo, mein Name ist Krieg, ich bin Metzelsuch, ich genieße es, wenn Feinde vernichtet werden Ah Okay, das ist schon deutlich einfacher Scheiden wohl diese alten Zombies, diese Zombies, die nur schleichen können zu sein Und nicht diese schnellen Zombies, wie zum Beispiel Left 4 Dead oder was auch immer Geil, ich kann Autos zerstören und krieg dafür Seelen Das ist geil Wenn auch irgendwie unlogisch Zombies, gar kein Problem Mal was anderes, die Zombies hier mit Mit so einem Riesenschwert und nicht mit Wie war es sonst immer? Mit Knarren oder sowas Zu bekämpfen Na ja Autos zerstören bringt mir Seelen Wie toll ist das denn? Oh Was ist das denn? Höh? Ja, pfff, okay Was willst du von mir? Ach so, ich kann hier wieder rum Rüber angeln Ich will dich nicht nochmal rufen müssen Ja, ja Ist gut Leuchtende Handschuh Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten Zum Beispiel Kisten oder Türen Drücken Sie B, um sie zu aktivieren Oh geil Damit ich auch nichts falsch machen kann Oh, ich wurde von einem Zombie angeschlagen Kann ich das auch kaputt machen? Krieg dafür Seelen? Ja, tatsächlich In jedem Gegenstand sind Seelen Das heißt Jeder Gegenstand Egal welcher Der hat Seelen Leuchtet jetzt auch mein Handschuh so schön? Tatsächlich Da ist dieses Dämonische Oh Aber ich glaub kaum Dass da wer Wer dran war Also Drin war Geh ich runter Oder geh ich hoch? Ich glaub ich muss hier hoch Komm Rein hier Und weiter geht das Gemetzel Ey Sogar die Schühle geben was Die Seelen Oh, wer bist du denn? Ach du bist das fette Viech Was eben einfach so explodiert ist Wieso explodierst du jetzt nicht Einfach so Wow Wow Alter Du Explodierst du? Ich bin da irgendwie schlecht Im Spiel Da ist mal etwas nicht irgendwie Drecklingfutter Und ich verzweite direkt da dran Wow Wow Jetzt ist er explodiert Ja Zack 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 Kann ich die auch so? Achso Ich kann die einfach so mal zerquetschen Schön Bam Für die höheren Blutfontänen Drücken sie bitte B Zack So, okay Ich muss jetzt hier noch Jeden einzelnen Tisch zerstören Damit ich von ihm auch Seelen bekomme Oh, schade Keine Seelen Ich nehm das so Zack Bam Bam Was ist das hier? Aktion Achso Scheint so eine Truhe Mit Seelen zu sein Das heißt Dementsprechend auch Die Farbe dann Äh Die die Seelen da Die die Truhe an der man hat Dessen Seelen sind da drin Ich greife euch mit einem Stuhl an Zack Zack Komm Bam Objekte verschieben Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung Können von Krieg verschoben werden Drücken und halten sie B Um Objekte zu verschieben Wird Wird doch glatt gemacht So Da ran Da hoch Kletter Kletteraffe Ui Wie so ein Äffchen Echt Wie so ein Äffchen Ui Hallo Meine Damen und Herren Meine Zombie Und Zombienen Oder so Zombies und Zombien So Ui Ja Zack Autsch Dich nehme ich so in die Hand Zack Das ist doch mal Gute Unterhaltung Was mir hier geboten wird So viel Blut wie möglich Verpackt Komm Kletter da hoch Sauber Wow Ich folge einfach die ganze Zeit dem Weg und netze mich hier durch Oh Zack 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 Wo ich etwa für diese Zombies etwa extra hier festgehalten werde Das kann doch nicht sein Ich drücke die ganze Zeit nur X übrigens Ui Überall Seelen Ui Ui So Zack 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 Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Naja Du kannst ja wohl nicht so schlimm sein Ui Ich hoffe nur nicht Dass ich mal von dir getroffen werde Ne Autsch Ja Direkt ist es passiert Ja Uah 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 Mein Gott Stirb 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 Alter Stirbst du wohl mal? Was war das denn? Wow Stirb Stirb Tu mir einen Gefallen und stirb Ha 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 Und So brutal Wie möglich Okay Das hat's die Erstmal festhalten und dann Mit den Händen verprügeln Okay Den hab ich Damit auch besiegt Wunderschön Das hier war der Eingang Okay Und das hier war dann Dementsprechend wohl der Ausgang Wie komm ich da nur drauf? Ah Und der Weg wird wieder hinter mir abgeschnitten Wer hätte es gedacht? Ich glaub so welche Äh Kleinen Einspielungen werde ich noch oft genug Gesehen Zu sehen bekommen Damit ich auch Ja nicht zurückgehe Das Spiel geht weiter Komm Ihr Zombies Seid es doch nicht wert So Auf geht's Weiter geht's Oh Leben Ich hab volles Leben Egal ich nehm's trotzdem Die Kreuzung Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert Lange genug Dass die letzten Mundatmer Aussterben konnten Dann Ist das dritte Königreich verloren Das ist das dritte Königreich Subtil. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Vulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt. Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stelle ich deine Neugier. Aha. Sammeln sie 500 Seen für Vulgrim. Gar kein Problem. Vorratssuche. Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld der Karte enthüllt. Sauber. Zack. Dann werde ich mal Zombies schlachten, wie es aussieht. Zombies schlachten, wie es aussieht. Und Zombies schlachten, wie es aussieht. Komm, drücke ich einmal B für eine Abwechslung. So, das reicht. Und Zombies schlachten, wie es aussieht. Okay. Geben Parkuhren. Parkuhren müssen doch Seelen haben, oder? Nee, aber Bäume. Da, eine Parkuhre hatte eine Seele. Habe ich es doch gewusst. Parkuhren können auch Seelen haben. Wer bist du denn? Wir blocken. Drücken sie RB, während sie auf einer, um den Handgriff zu blocken. Okay, mach ich. Gar kein Problem. Ich weiß jetzt sogar, was RB ist. Phänomenal. Komm, steh mir nicht im Weg. Und zack. So, kein Problem. Das war ja wohl einfach. Okay. Aber ich denke auch, das reicht für diesen Part. Ich habe viel geschnetzelt. Und im nächsten Part werde ich wahrscheinlich so als kleine Voreinschätzung, glaube ich, noch mehr Metze. Auf jeden Fall. Bis dahin, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich damit.